Bonjour à tous, je vais essayer de vous présenter un hiver à Paris en allemand et donc, évidemment, vous avez le droit de rire. Hallo, meine lieben deutschen Leser. Ich freue mich wirklich, einen Winter in Paris Ihnen vorzustellen. Sie werden Victor treffen. Er scheint verirrt zu sein. Er braucht ihr Hilfe. Er möchte, dass Sie sein Leben verändern, genauso wie Sie mein Leben verändert und verbessert haben. Mein deutscher Erfolg war total unerwartet. Ich danke Ihnen noch und noch. Voilà, on va essayer. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.